Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider. Ähm, ja, ich hab jetzt meine Cam jedenfalls endlich mal geändert. Und... Ich hab aber keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich schätze, wir müssen irgendwie... Ja, wo ist meine... Wo ist meine Lampe hin? Ja, so. Ähm, ich schätze, wir müssen irgendwie... ...mit der Lampe, mit der Öllampe, die wir eigentlich... Mensch, Lara. Ich springe darauf. Genau. Die wir eigentlich hier haben. Wenn ich sie noch... Ja, danke. Behalten. Ach, wir lassen sie los. Wenn wir springen. Warum das denn? Ist ja behindert. Ich will die behalten. Ich hab jetzt nämlich eigentlich gedacht, dass wir damit irgendwie, ähm, irgendwas vom Schiff oder so runterschmeißen müssen, runterhüllen müssen. Und was ich sagen wollte, ja genau, ähm, ich kann die Lacks nicht eindämmen. Es ist einfach Tomb Raider. Ich weiß nicht, was damit los ist. Auch bei City Skylines so. Es zieht beides einfach mega viel... Oh ja, was war's denn? Irgendwas konnte ich hier grad machen. Okay. Ähm, ähm. Es zieht einfach mega viel... ...CPU. Und dadurch laggt es halt. Es liegt nicht am Aufnehmen. Es laggt auch so. Wenn ich nicht aufnehme. Ist ein bisschen kacke. Aber ich kann's jetzt nicht ändern. Ja, aber wie komm ich denn da oben lang? Hä? Ja, das sagt mir aber auch... Moment, irgendwie ist mein Mikrofon noch gerade nicht so... ...in der richtigen Position irgendwie. Hab ich das Gefühl. Für mich zumindest nicht. Äh, okay. Wir müssen da oben auf jeden Fall lang. Kann ich erstmal... Ja, kann ich. Irgendwas hat es gebracht. Ich weiß nicht, was. Ähm. Ja, ich kann das mit den Lags nicht eindämmen. Ist du beleid. Ich werde weiterhin 60 FPS aufnehmen. Ich hab auch gerade irgendwie aus irgendeinem Grund 60 FPS. Obwohl das einfach nicht so rüberkommt. Ähm. Und ja. Kann ich irgendwie... ...das da hinten abschießen? Oder das hier? Wollte ich mich irgendwie rüberziehen oder so? Irgendwas muss ich doch machen können. Kann ich irgendwie mit der Schrotflinte arbeiten, meine ich? Äh. Irgendwie... Nein. Das hier abschießen auch nicht. Ähm. Irgendwie hier langhoppeln oder so? Nein, das ist es auch nicht. Hier kann ich noch hoch. Was auch immer mir das bringt, hier zu sein. Irgendwie nichts. Ähm. Moment, vielleicht komme ich dann da... Muss ich da vielleicht hoch? Von hier aus irgendwie... ...da ran springen oder so? Nee, da komme ich auch nicht ran. Komm, Lara. Irgendwie springen. Du kannst das. Du schaffst das. Nee. Ha. Ich habe keine Ahnung. Was zur Hölle muss ich hier machen? Da unten bringt mir auch nichts irgendwie was. Hier auch nicht. Da hinten bringt... Was ist da dieses Feuer, oder? Ah. Warte, von da komme ich oder nicht? Komm ich da wieder hoch? Komm ich da wieder hoch? Das ist jetzt gerade meine Frage. Ich glaube nicht. Irgendwie. Habe ich hier irgendwie einen Ankerpunkt oder so, wo ich das wieder festbinden kann? Nee, so zieht sie das nur? Okay. Hm. Irgendwo ein Ankerpunkt. Irgendein Festbindepunkt. Keine Ahnung. Irgendwas. Aber ich finde hier nichts. Da ist ja auch nichts. Oder? Nee. Da oben komme ich auch nicht hoch. Nee. Hä? Ich bin total verwirrt, Leute. Ich bin total verwirrt. Da ist noch Munition. Ja, schön. Aber sonst haben wir hier auch nichts. Hä? Wie komme ich denn da weiter? Ist ja gesagt, oben rum. Ja, wie oben rum? Ich kann mich da hier nirgends irgendwie nirgends irgendwo festhangeln, sag ich mal. Anschießen kann ich auch nicht. Irgendwie. Nee. Muss ich vielleicht doch irgendwie... ...nach... ...dort unten. Da komme ich aber auch nicht ran. Von hier aus vielleicht irgendwo hin. Komme ich von da aus? Nein, von hier aus komme ich auch nicht da oben ran. Ja, ich renne jetzt einfach nochmal hier runter. Ich renne jetzt einfach durchs Wasser hier. Hä? Geht ja doch. Irgendwie. Okay. Komm schon, Lara. Du schaust das. Oder auch nicht. 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 Oh, Lara muss so verdammt viel mit... Aua. Ich hab doch nach rechts gelenkt. Oh Gott, oh Gott. Ich muss ja auch noch schießen hier. Was ist das denn? Oh Gott. Schon wieder so ein... Oh. Sind aber auch brutale Szenen hier, ne? So ein bisschen. Und nicht schon wieder von hier. Oh, muss ich denn immer von hier aus starten? Hoppa. Oh Gott, oh Gott. Bin ich hier richtig? Ich glaub, ich bin da richtig. Alles gut. Glaub ich. Oder auch... Oder? Lara, bewegt dich ganz schnell woanders hin. Nimm den Fallschirm. Fallschirm ist super. E. Drück E. Super. Oder auch nicht. Umschalt drücken. Okay. Huh. Oh ja, geil. Noch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Ich bin grad durch den ersten Baum total durchgeflogen. Ja, GG. Nice. Super. Okay, das war ein Mega-Fail. Ähm. Nicht schon wieder. E. Alter, ich hätte bei dem ersten Fallschirm... Bei dem ersten Fallschirm, ne? Wenn der wegfliegt... Alter, hätte ich Schiss. Ich bin froh, dass man bei Spielen ganz viele... Äh, Versuchrad, sag ich mal. Um irgendwas zu schaffen. Aber im Real Life würde ich das niemals im Leben hinkriegen. Oh Gott, Lara. Alter, ich wäre schon fünfmal tot, ey. Wenn ich so viel einstecken müsste wie Lara. Alter, Vater. Vor allem, dass sie sich aber trotzdem nicht diese Axt, ne? Oder diese Kletterachse oder was, das ist ins Bein rammt. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ei, 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 ei. Der hat sich doch 17 Rippen gebrochen oder so. Alter, Vater. Okay, das sieht geil aus. Ich hab ein Thumbnail für den Part, Alter. Ja, GG. Was haben wir denn hier so? Neues Bild in der Galerie freigeschalten. Okay. Auch nee. Kann das nicht einmal ein Ende haben? Lara braucht auch mal eine Pause. Das ist ein verlassenes Lager oder so, ne? Schätze ich, jetzt mal eine Schrotflinte gefunden. Okay, cool. Von wo war das? Von wo kam das? Von was ist das? Ja, schlimm. Mega-Lag grad gehabt, okay. Also, mega-Lag hab ich immer Schiss, dass mir ein Rechner gleich ausgeht, Alter. Nicht da. Ich würd den gern retten. Ein Krokodil. Sweet. Noch so ein toter Lümmel. Okay. Als ob der mich entdeckt hat. Halt die Fresse. Als ob ich nicht treffe. Als ob ich nicht treffe. Was ist das? Kann ich jetzt mal... Alter. Warum treffe ich denn nicht? Okay, komm. Ich werde bestossen. Okay. Komm schon, noch einmal deinen Kopf hochnehmen. Was ist denn? Was war denn mit der los, ey? So. Ähm. Ja. Ich würd mal sagen... Wow. Ich bin super, was Zielen angeht, ey. Ich bin ja... Ich glaub, ich hab... Tombrader... Deutsch, Maxi. Ja, GG. Äh. Äh. Ich glaub, ich hab ein Tombrader als Play noch nie so schlecht geschossen. Noch nie. Wir hatten ja schon einige Fights sehen. Alter, das war ja mal richtig bad gerade, aber... Ü... Oh. Stehen in der Kiste? Drain... Drain... Oh. Höh. Ich und reden. Während Let's Plays, Alter. Das ist... WTF. Oh mein Gott. Das ist ja schlimm, ey. Ich verspreche mich ja andauernd. Ist aber in jedem Let's Play so irgendwie. Ah, okay. Lara kann sich also erstmal nicht irgendwie hochrammeln irgendwo. Rammeln? Rangeln. Boah, was ist denn mit mir, ey? Sind hier noch irgendwie Menschen? Die ich abballern muss oder so? Oh nee. Oh nee. Lara, komm, du schaffst das. Spring! Ja, ich weiß, dass es wehtut. Es tut mir leid, aber es musste sein. Oh Gott. Es tut dir weh. Habe ich sie? Ich hab sie. Seht ihr? Das zum Beispiel war gerade mega gut. Irgendwie. Ob man hier runterspringen kann? Irgendwie mit... Wenn man noch ein Fallschirm hat oder so? Bestimmt. Sieht so total danach aus. Ich hab die beiden ja gerade instant weggeballert, Alter. Wow. Der ist auch weg. Schön. Zack. Zieh, Lara! Ich weiß, es tut weh, aber... Mann, ey, Lara, tut mir so leid. Alter. Die tut mir richtig, richtig leid. Ich fühl richtig mit ihr, ey. So viel durchmachen muss, ey. Ich mein, ich kenn die ganzen anderen Top Raider Teile nicht, aber... Ja, da musst du sie bestimmt auch mega viel durchmachen, ey. Neu, Schuhe. Yeah. Mein, mein Hand zittert total, Alter. Was sucht sie? Ein Vorherzeug. Hatten wir nicht sowieso schon vorher Zeug? Ja, ich würde da auch so schreien, ey. Oh. Oh. Heilige Kacke. Jetzt hat sie die Idee für Feuerfeile. Komm. Na? Komm. Feuerfeile, komm schon. Komm schon, bitte. Feuerfeile werden so geil. Ja. Eins, um Feuerfeile abzufeuern? Wie? Boah, ich dachte gerade, ey. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Rob. Wo bist du jetzt? In einer Art Baracken-Siedlung. In der Nähe des Palastes. Ich steig immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Heh. In einer Art-Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße! Oh, shit! 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 Okay. Da oben kommt noch einer. Da oben ist einer. Da sind noch welche. Der... Kann ich das irgendwie anzünden oder so? Ja, kann ich. Aua! Ich hab losgelassen. Von wo? Von wo? Von links? Nee. Doch nur von da, oder was? Der da oben nervt. Da unten ist auch noch einer. da... Das ist auch noch einer. Da kommt auch noch einer. Da. Da oben, okay. Da hinter. Als ob ich den nicht getroffen hab. Den ja, wie es aussieht, auch nicht. Lol. Geh mal weg. Als ob ich dich treffe, danke. Jetzt. Okay, da oben ist noch einer. Den da hinten. Als ob ich nicht... Was ist das? Ähm, sorry, dass ich gerade so still bin, aber... Hä, von wo schießen die jetzt noch? Ach, von da! Habe ich jetzt alle? Ah, okay, ich kann immer wechseln. Jetzt hab ich Feuerfeile. Jetzt hab ich geräuschlose Feile. Alles klar. Okay, ei, 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 das war gerade mal... Wieder ein Fight, ey. Das war ja mal mega schlecht. Von mir geplayt, irgendwie. Erstmal alles aufsammeln. Und danach... Können wir... Uns da ans Lager-Dings setzen. Die meisten sind schon wieder gedespawnt. Hier unten lag noch einer, oder? Lag hier nicht noch gerade einer? Nee, doch nicht. Okay. Ähm. Jetzt können wir uns erstmal oben ans Lager setzen. Der Part ist jetzt auch vorbei. Sorry, dass ich gerade so still war, aber... Ich musste mich konzentrieren. Ich hab einfach mal wieder mega abgefuckt. Mega abgespackt. Was auch immer. Ich weiß nicht. Der Druck kann ich nicht... Zielen. Äh, was machen wir denn? Schmutzige Tricks. Was macht das denn? Äh, werfen sie feine Steine Dreck ins Gesicht. Okay. Das hab ich schon gemeistert. Ne, das hab ich schon gemeistert. Richtig. Versetzen sie Feinde mit ihrer Kletterachse in töd... Oh, tödliche Hiebeversetzungen. Und ausstoßen sie ein Feind ins Knie. Versetzen ihm dann den Todesstoß. Das ist auch geil. Ich glaub, das nehm ich. Das nehm ich. Ja. Äh, von betäubten Feinden. Ah, okay. Betäubten. Oh, schade. Alles klar. Äh, äh, genau. Wir gucken erstmal hier. Was haben wir denn? Bogenupgrades. Genau. Haben wir voll erstmal. Gewehr. Kitax haben wir. Das kennen wir nochmal. 450, da fehlen mir echt neun und... Was auch immer für. Wenn, dann spiel ich nochmal mit der Schrotflinte. Äh, äh, Reichweite erzählen. Hm. Ja, komm. Nehmen wir mal. Gönnen wir uns. Ich hab keinen Bock jetzt noch diese 39... ...Kackdinger zu suchen. So, wir haben gespeichert, wenn wir uns hinsetzen, ne? Richtig. Man speichert, wenn man sich hinsetzt. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei... ...das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.